Wisst ihr Leute, ich hab mir gedacht, mein Kanal, das wird nichts mehr. Tja, ich werde meinen Kanal löschen. Allerdings, nicht das, was ihr jetzt denkt. Ich werde mit meinem Kanal ganz neu anfangen. Ab jetzt bin ich ein Anime-Youtuber. Aber um dieses Ziel zu erreichen, muss ich erstmal meinen Kanal von Grund auf überarbeiten. Fangen wir gleich mal an mit dem Namen. Der Name, der passt ja nicht mehr so gut. Nennen wir mich einfach J-Goku, der Otaku. Als nächstes kommt das Profilbild. Da habe ich sehr lange gut gezeichnet und eine fast tolle hervorgebracht. Ist das nicht fantastisch? Als nächstes ist der Banner dran. Den werde ich auch gleich machen. Aber jetzt kommt natürlich das Allerwichtigste. Die Videos. Zuerst muss ich irgendein Thumbnail finden, was eigentlich gar nichts mit dem Video zu tun hat. Ah, da habe ich ja schon eins gefunden. Passt dieses Thumbnail nicht perfekt zu meinem Video? Ach, Entschuldigung. Ich habe ja noch gar nicht erzählt, was ich für ein Video mache. Ich mache jetzt Musik-Anime-Keyboard-Cover. Und wie gefällt euch mein neuer Kanal? Wenn ihr wollt, könnt ihr mal in meine Videobeschreibung schreiben. Und weil ihr ja meine besten Freunde seid, schreibe ich und gebe euch jetzt sofort noch einen Einblick in mein neues Video. Ja, war Ding Dong. Hallo Leute. Ich spiele heute für euch das erste Pokémon Opening Theme auf dem Keyboard. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ich kann nicht mehr so reden, okay? Ich kann nicht mehr so reden. Es geht einfach nicht mehr. Okay? Dieses ganze Video war nur ein Spaß. Und mein Kanal wird nicht gelöscht, ja? Okay? Verstanden? Haha. Tsssssss. Tsssss. Feuer ist heiß. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Okay. Ich hoffe ihr habt euch dann gut und schön schnell, ja? Und... Tschüss. Bis zum nächsten Mal.